Hey Leute, der Sturm geht weiter. Selina ist verzweifelt, weil sie Christoph nicht länger über ihr wahres Verhältnis zu Lars belügen will. Sie sucht Rat bei Alfons und fasst schließlich den Entschluss, Christoph die Wahrheit zu sagen. Als Maya davon erfährt, appelliert sie an ihre Mutter, Christoph weiter anzulügen. Doch Selina kann so nicht weitermachen. Shirin genießt insgeheim die Nähe zu Florian. Bei einem Telefonat von Georg bekommt Max unbemerkt mit, dass dieser auf Vanessas Sieg bei der Fechtmeisterschaft wettet und ihm ihre Gesundheit dabei völlig egal ist. Als Max Vanessa fassungslos darüber informiert, macht sie ihm eine klare Ansage. Als Florian in Eriks E-Mail-Account eine belastende Mail findet, begreifen er und Maya schnell, dass Cornelius den gefälschten Beweis dort platziert haben muss. Da Cornelius sich nicht davon überzeugen lässt, dass ihn diese Aktion ins Gefängnis bringen könnte, hörst Florian die E-Mail selbst. Cornelius ist entsetzt und richtet eine Forderung an ihn. Vanessa fordert von Max, für immer aus ihrem Leben zu verschwinden. Werner grübelt über einer Schachparty gegen sich selbst, da er eine bekannte Partie aus dem Schachlehrbuch nachspielen will. Als Cornelia vorbeischaut, zeigt sie Interesse daran. Daraufhin möchte Werner wissen, was ihrer Meinung nach der nächstbeste Zug wäre. Ob Lia als neue Spielpartnerin für Werner seinen Bruder André ersetzen kann? Maya wirft Selina wehmütig vor, dass sie nur noch an sich und ihre große Liebe zu Christoph denkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!